Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, Hydro. Ich glaube, ich kann noch ein... So, Eimach... Ne, hier, Eimachglas. Eimachglas ist gut. Zack, das machen wir direkt. Äh, mhm, 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 mhm. Ja, Steinsuppe können wir noch nicht machen können. Bergbau. Doppelses Erz? Gioden finden. Doppelses Erz machen wir. Ting. Tauchen? Haben wir noch nichts. Schade. Schade, schade, schade. Level 3. Level 3. Herstellung, Quest. Achso. Ja, gut, mehr können wir nicht. Warte mal. Wir hatten ja mal... Wir hatten ja mal... Wir hatten ja mal... Hier haben wir ein Zuckerrohr... Mit dem Zucker... Hä? Zuckerrohr können wir nicht? Okay, Zuckerrohr geht nicht ins Einmachglas. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Aber die Kartoffeln, die können wir doch... Oder? Füllen sollten doch in ein Einmachglas gehen. Ja, sehr gut. Maschinen ist voll. Wupp. 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 Achso. Kümmern wir uns gleich drum. Oh, die hat ein Ei gelegt. Schön. Freut mich. Nein. Äh. Ja, okay. Oh. Erstmal... Erstmal aufs Huchei einschlagen. Das ist auch gut. So. Hier nach draußen rufen. Ist auch immer sehr gut. Okay. Tööööö. So. Äh. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich hätte gerade irgendwas im Kopf Wo wir hinwollen Ich hab's aber vergessen Ich hab's jetzt echt vergessen Juki Schön langsam mach ich mir Sorgen Also nicht schon langsam mach ich mir Sorgen Wegen der Recycling-Zemps unter dem Park Ich hab mit aufhören Sachen hinzubringen Nein Kein Fall Wer weiß Ja wer weiß Was wollte ich denn jetzt hier Zockt Ach Ist noch geschlossen Das ist Augenklamottenladen Und hier steht ja auch nachher nochmal einer So Für Küchen braucht man Okay Naja wir brauchen irgendwann mal ein größeres Haus Hab ich verstanden Ein größeres Haus ist nicht immer ein Graus Ah ja genau Ich wollte hier I generell geguckt haben Ob's da Quests gibt Das wollte ich Das war's Ich küsse Die Narzisse Oh yeah La 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 Na ich würde lieber nochmal ein bisschen Monster abouts machen Uh Lieber nochmal ein bisschen Monster abouts Ja komm Müsste eigentlich reichen für Monster abouts So jetzt Uh Ja Schöner wär's ja Wenn äh Mit mir da irgendwo äh Ich würde mich ein bisschen unterstützen Würde es mal Okay der greift eh gleich an Ähm Da hinten Jetzt muss ich wieder das Loch finden Das ist Dämlich Wir brauchen echt ein neues Ding hier Wir brauchen echt ein neues Ding hier Au Was ist der blöde Zugang jetzt Ist doch nicht Ich hab hier alle Steine weg Und ich hab immer noch keinen Zugang Jetzt Monsterjäger Oder bin ich jetzt hier äh Steinjäger Ach das gibt's doch nicht Warum jetzt Warum jetzt So Mist Brrrr Das sind Ich will da nur ein bisschen Vorankommen Das ist ja nicht viel Zu viel verlangt oder Ein bisschen Vorankommen Das ist Finde ich total In Ordnung So Direkt weiter Ich glaube ich muss mal Irgendwas essen Sonst wird das hier Gar nichts mehr So Ja sonst äh Ist hier gleich Feierabend und äh Was Das ist wirklich zu groß hier Ne Wir gehen direkt In die nächste Ebene Ja Das ist Ich will ein bisschen Vorankommen 28 Das geht Übrigensens doppeltes Erz Das ist auch schon mal Wenigstens etwas Ne Wir lassen direkt nochmal Einen so hier Wupp Hilft mir auch nicht allzu viel In der Hoffnung Aber das war äh 29 Das wird die 30 Vielleicht noch erwischen Das wär Ein Träumchen heute Oh nein Ich geh ja schon wieder Nee ich geh ja schon wieder Das ist auch mal ein Albtraum Na Viech ey Dann ist ein Albtraum Viech Ja 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 Gott sei Dank Gott sei Dank Level 30 Erreicht Stacheln Wofür sind die Verletzt Feinde So Level 30 Erreicht Geil Luftwasser Feuer Erde Luftwasser Ja Irgendwie sowas war das So 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 Haben wir hier nämlich auch mal ein bisschen Ne Ein bisschen aufgerodet Aufgeräumt Aufgeschäumt Ne Das ist so ganz komisch manchmal hier Was ist Es ist so komisch Wollte es mir gerade sagen Ich komme da jetzt nicht durch Weil da so Genau das wollte er mir sagen Was ist denn das? Lesen? Höhle, achso Ich dachte, da gibt es noch was zu lesen Die Schmütterlinge sind zu schnell Inventar ist wohl Achso 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 So Da wir jetzt aber doppelte Träge schon haben Das ist eigentlich relativ sehr gut Sogar Wollen wir damit Dann So Raps Stein Hä? Warum ist denn da Fleisch drin? Und Heute Fleisch sollte ja hier drin sein Diese Tränke, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ja Kartoffeln Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln Können wir verkaufen Können wir verkaufen So Können wir vielleicht noch ein bisschen hier Das ist Mein Hühnchen ist glaube ich schon weg Ist ja nicht schlimm Ich muss ein bisschen aufpassen auf unsere Energy ein bisschen lana ja gut mit vorsicht handhaben haben wir auch schon verkauft ja wenn wir sehen na ja werden wir dann sehen folgen müssen so was sagt denn die wetterfeuersage willkommen bei dem morgen erwarten wir unterhalten sind wolken einbrüche regen kommt auf korrekt zu ok das heißt ich muss dann nicht um was natürlich super ist so insgesamt Okay.